Es ist wirklich groß. Ja, wo sagst du sowas? Mit O-Ri nimmst du deinen Schwanz? Also der ist wie zu groß. Krass. Krass. Die ist groß. Mit Oreo-Keksen noch. Ja, ist geil. Und die weiße Soße, die weiße Soße darf nicht fehlen. Ohne Witz sieht lecker aus. Du machst den Geschmackstest, okay? Digga, der sieht stabil aus. Der ist groß. Boah. Was sieht der? Er ist aber mega riesig, oder? Geil, Digga. Der ist echt krass. Ja gut, dann gönn dir, ne? Boah, was machst du? Nimmst du denn beide Hände? Ich will gucken, wie weit ich komme. Ah, okay. Nein, eine Witz hier. Was hast du jetzt vor? Weißt du ab, oder was machst du? Okay, krass. Ist gut, oder? Ist echt gut. Wow. Boah. Was ist? Lecker? Oh mein Gott, ich hab noch nie so einen leckeren Schwanz gegessen. Ist es groß? Oder wie ist der? Weich? Richtig schön weich. Also richtig gute Waffe. Also wirklich. Schmeckt echt lecker. Ich würd's vielleicht was vom Ende nehmen. Von den Hoden. Digga, Chef Frummel lässt uns fünf Minuten alleine. Und wir teilen uns einen Schwanz mit doppelt weißer Soße. Dostab. Gämmtal.